Jo Leute, was geht ab? Wir haben am Start und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der YouTuber. Also Leute, ihr seid im Hintergrund, wir sind wieder back am Start in unserer Wasserkrieger-Base, Freunde. Und ihr seht im Hintergrund, für alle, die es in der letzten Folge nicht mitbekommen haben, wir haben den ersten Tempel am Start. Flauschi hat sogar schon die ersten Häuser gebaut für sich. Und so langsam werden wir hier wirklich fertig, Freunde. Ihr seht schon, da dieser Dings, das ist der Mittelpunkt gewesen. Die Seite haben wir zuerst gemacht, die andere Seite sind wir jetzt gerade dran. Aber da ist jetzt auch nicht mehr viel übrig, das heißt, die Base kann demnächst richtig rein starten. Und Freunde, ich bin komplett gehypt. Aber in der heutigen Folge, by the way, ganz am Anfang, lass doch mal einen Daumen nach oben und ein Abo da, sonst schepperst du mich, Junge. Ne, aber Spaß beiseite, ganz am Anfang, gehen wir direkt mal zur Farming-Insel. Weil Armi hatte mir gerade eben geschrieben, dass wir ihm bei einem Umzug helfen sollen. Habe ich irgendwie nicht gerafft, was er da vorhat, aber wir fragen mal ganz kurz. Anscheinend muss da hier irgendwo sein. Jo, was geht? Oh, was geht? Moin, Bro, was für Umzug, wo willst du hin? Ja, nix, ja, kein Umzug so mäßig. Aber da muss man halt helfen, ein paar Eizungen rüberzubringen, dass ich meinen Shop befülle. Weil ich weiß, dass wir ein bisschen die Ideas verdienen. Wo willst du einen Shop machen? Ich habe doch damals einen gebaut, den Paul-Beck-Hill zu fahren, so lange der noch passt. Ach, Paul-Beck, okay, Bro, ich dachte schon umziehen. Was hat der vor, Junge? Ich hatte gar keine Ahnung. Nee, 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 nee. Komm mal mit dir an die Kiste. Okay, okay. Ich habe nur gelesen, Candy ist aber Bürgermeister, ne? Nicht, dass der da irgendwie uns stript oder so. Wenn er uns stript, dann muss ich mir seinen Kopf, dann verkaufst du seinen Kopf. Das Eisen hier, nur das Eisen hier, unter den der Kiste. Ja, warte, warte, ich haue hier gerade ein paar Sachen rein. Zack, zack, zack. Irgendwelche Bögen, die ich nicht brauche. Okay, okay. Es sind halt viele Leute on, aber ich denke mal, fighten werden wir heute eh nicht, ne? Sonst kann ich Inventar leer machen. Zack, okay, war das Eisen dabei. Ja, okay, perfekt. Ja, ich habe auch nicht, ich habe jetzt meine Rüstung und mein Schwerter und Trotum habe ich dabei und so. Ey, ich habe, by the way, Freunde, ihr habt es noch gar nicht in Videos gesehen. Bro, ich habe einen Outpost-Villager gefunden. Uuuuh, leckerschmecker. Übersetzt heißt das, wir können jetzt ne Raidfarm bauen. Junge, das ist so geil. Und das Krasse ist, die ist so weit weg, die ist nämlich bei meiner Creeperfarm. Das heißt, kein anderer wird da hingehen, klauen können. Wir dann eigentlich schon in der Nähe von der Creeperfarm müssten wir ne Raidfarm bauen. Ja, eigentlich schon, eigentlich schon. Und Bro, weißt du, was ich jetzt gerade machen will? Ihr seht's doch gerade unten, Leute. Ich will auf Level 100 kommen, ich bin schon auf Level 76, Junge. Das sieht so wild aus. Aber okay, ich habe alles dabei. Gut, dann lass uns rüber gehen, das bau bei Geld. Let's go, der Hase. Oh, Freunde, ihr glaubt mir gar nicht, ich bin so süchtig aktuell nach der YouTuberinsel. Ich zocke nachts so viel. Ich habe die ganze Nacht lang, kann ich euch gleich auch noch kurz zeigen? Oder warte, kann ich euch jetzt kurz... Oh, 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 oh. Boah, ich wäre fast gestorben, Junge. Warte, ich will ganz kurz eine Sache noch zeigen. Ich bin direkt da. Ja, mach das. Ich habe die ganze Nacht, Freunde. Und ich meine wirklich, also was heißt die ganze Nacht, aber so drei oder vier Stunden für Flauschi habe ich noch auf Ehrenbruderbasis ein bisschen Quarz gefarmt. Könnt ihr hier sehen. Noch eine Kiste. Ein Ding sind ja immer vier Stacks von dem Quarz. Das hat so lange gedauert, Bro. Ich weiß gar nicht, wie der YouTuberinsel, wie damals Amir und so so viel gefarmt hat. Aber das habe ich auf jeden Fall so in drei Stunden im Nether gefarmt. Bin auch echt sehr, sehr weit gelaufen. Aber damit können wir so ein paar Sachen für die neuen Häuser und so auch schon ready machen. Das habe ich vorbereitet. Und, Freunde, was ich auch noch habe... Okay, ist gerade keine Enderchest. Ich habe mir neue Goldäpfel gemacht. Die haben es alle mitbekommen. Aktuell ist es ein bisschen echt Krieg hin und her. Jeder macht irgendwie Beef. Deswegen habe ich mich da nochmal ein bisschen geupgradet. Wir haben uns neue Pfeile gemacht. Zeige ich euch gleich in der Geheimbase, wenn wir da nochmal hingehen. Wir haben jetzt Regeneration, Sprungkraft, Direkt-Schaden, Vergiftung. Wir haben jeden Fall jede Verzauberung. Das hat halt auch übertrieben lang gedauert. Aber, okay, ich würde sagen, wir labern nicht langt mal rum. Amir, schon auf dem Weg. Wir starten direkt rein. Ich habe sogar hier noch... Warte, ich lasse mal die Emuls gerade hier. Oder ich hole sie mit, so egal. Wir gehen direkt weiter, weil Amir wahrscheinlich schon bei seinem Shop da ist. Aber ja, Freunde, was ich nur sagen wollte. Ich habe natürlich nicht nichts gemacht oder so. Sondern auch in der Zeit, wo wir abends zocken oder so. Ihr könnt mir glauben, ich mache mich immer ready. Oh, nee. Bro. Junge, die machen nur Stress, Bro. Junge, das ist ja auch ein Meme. Egal, wann ich zu Power-Bag-Hins gehe, die sind immer da. Boah, ich höre nichts mehr. Ey, Bro, wo ist ein Armee jetzt? Yo. Junge, warum antwortst du mir nicht mehr? Sorry, war ganz gut. Warte, warte, Alpha-Stein ist hier. Bro, wir wollen nur Sachen ablagern. Warum sind die schon wieder hier? Ja, besser ist das. Okay. Junge, ey, Bro, ich habe nichts dabei. Keine Goldäpfel, gar nichts. Ist Platz. Ja, ich habe ein bisschen Platz. Ganz bisschen noch. Boah, Ewe. Ach so, Tränke, ne? Warte, ist die mein Ding jetzt? Lass erst mal gucken. Ich habe die eine Sekunde nur gehört. Alpha und noch irgendjemanden. Da vorne sind die, da vorne sind die. Überhaupt nicht. Ich mache ein Riesenzimmer. Das ist nicht mal richtig Schreibtisch. Ja. Ich will das Meer sehen von hier. Ja. Hier ist nicht mal ein krass aus. Hier ist gar nichts. Ich habe... Oh, oh. Da richtig... Die Creeper-Farm von Max. Ja, da gehen wir jetzt hier Staub holen. Let's go, Jungs. Ja, was ist das für ein Schwarzpulver? Let's go. Die wollen schon wieder klauen. Ich will das wegspringen. Wer soll das holen? Die wollen schon wieder klauen. Oh, klar, klar, klar. Oh, klar, klar. Bro, die wollen schon wieder klauen. Ey, Candy. Ja, ja, ja. Was wollen die machen? Was wollen die machen? Die wollen zu meiner Creeper-Farm, da vorne runter sind sie... Genau, genau, genau. Durch das Portal bis hier und dann weiß ich den Weg von hier. Was denn? Ja, ich schwöre, ich habe irgendwas gehört hier. Ich habe auch was gehört irgendwo. Nein, das... Ihr hört nur Gespänze, da weiter gehen. Ja, Alpha Stein, mach wieder komische Faxen unten im Lager. Die sind im Portal, die sind im Portal. Amir? Die sind im Portal, die wollen zu meiner Creeper-Farm. Warum sollen wir dir helfen? Warum sollen wir dir helfen? Ey, bitte. Das macht keinen Sinn, du bist nur Fronty-Junge. Das ist der Alpha-Clan. Wollt ihr den Alpha-Clan nicht besiegen? Ey, das ist jetzt unsere Chance. Bro, das ist jetzt unsere Chance. Ich habe Pränke, ich habe Pränke. Ey, Leute, 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 hier, nehmt das, nehmt das. Das ist wichtig, es wird euch helfen, euer Kampf. Danke, danke, danke. Junge, was für du? Du hast gar nichts, geh weg. Zusammen können wir sie besiegen. Ja, ne, nichts. Bezieh nicht, Candy. Ey, Bro, Armid, das ist jetzt unsere Chance. Pfeilig, Paul-Bagger-Hills. Hä? Oh, Flauschi. Flauschi, perfekt. Ey, wir brauchen direkt deine Hilfe. Ganz kurz. Einfach nur Kurzfassung, Alpha-Stein und so waren hier am Candy bedroht. Ist mir eigentlich egal, ob die Candy bedrohen, aber wir wollen das Schwarz-Bube auch noch von denen snacken. Lass hinterher, wir können die angreifen, wenn wir zu dritt sind. Ich wollte gerade zu Candy und was auch da einer. Oder, ey, warte, warte, warte. Sollen wir probieren, jemanden zu entführen? Wobei, es wird schwer, die sind zu dritt. Ja, das ist ein Kumpflächer, Baby. Wenn wir einschaffen. Wir müssen dann das schwächste Glied der Gruppe nehmen. Äh, ja. Hände. Boah, die sind halt alle scheiße. Hände oder Lumex, wir müssen einfach... Ey, warte, ich gehe erstmal alleine und schreibe, ob es frei ist. Nicht, dass die auf mich warten oder so. Weil die haben irgendwas gehört. Okay, Freunde, wenn ich jetzt sterbe. Ich esse einen Goldapfel. Wir finden die niemals wieder, Bro. Wir finden die niemals wieder. Treppe hoch. Ey, das wäre so krass gewesen, Junge. Wir hätten die etwa entführen können. Warte, lass mal rumgucken. Lass mal rumgucken, ob wir irgendwas sehen. Die sind safe nicht so weit. Die wollen doch zu Kripa kommen. Ich habe dir ein feueres Lens dran gegeben. Ist sie runtergefallen? Ja, ja, ja. Okay, okay, ich sehe sie. Irgendein Flauschi! Ist es gerade voller... Egal. Okay, sie wird überleben. Bro, ich gucke gerade, ob ich die irgendwo sehe. Ey, Freunde, bitte. Das wäre so krass. Ja, toll. Wir haben viel zu lang gebraucht, Bro. Ich werde die niemals finden. Oh, komm schon. Komm schon, komm schon. Irgendwo müssen die langlaufen. Ey, Bro, es ist so lost. Ey, Mann. Freunde, das wäre so krass gewesen. Los. Oh, das ist einfach viel zu krass. Let's go, Alter, Jens. No. Oh mein Gott, schon zu spät. Ist schon zu spät. Bro, was habe ich heute für ein Pech, Digga? Alter, mach uns schneller. Hä? Amir? Ja. Ey, wir haben es verpennt. Die sind alle drin, ne? Die sind hier durch. Die sind hier durch. Ende ist noch hier. Warte, die haben nach Ende schon rum. Sch, sch, sch. Oh mein Gott, das ist unsere Chance. Dann muss er ja noch hier kommen. Hä? Bro, wenn muss er hier kommen? Die sind von hier gekommen. Ich bin gerade in den Gang rein und habe mich eingebaut. Warte. Lass hier in den Gang. Lass hier in den Gang. Warte. Der wird schon langsamer. Bro, der hat ein Safe gehört. Wo seid ihr? Alpha Lubex, hallo? Hört ihr mich? Wo seid ihr hin? Ich weiß nicht, wo es lang geht. Hallo. Sch, sch, sch. Leider, wenn du irgendwas machst, bist du tot, Bro. Geh sofort in den Gang. Rüber. Geh rüber. Geh rüber. Wenn du runterspringst, du stirbst. Geh rüber. Los. Los. Und nicht, du darfst nicht mehr reden. Ab jetzt redest du nicht mehr. Mach auf, mach auf, mach auf. Komm her, komm her, komm her. Sch, sch, sch. Die kommen safe wieder. Die sind ja nicht doof. Ey, Ente, wenn du einen Spruch machst, du bist direkt tot. Verstanden? Ey, der braucht Blöcke hierhin. Ente. Junge, schlag ihn. Egal, dann töten wir den direkt. Hör auf. Los. Geh da durch. Geh da durch. Ich geh vor, ich hab sterke fang alles. Ich werd ihn direkt klappen. Geh da durch. Pst, wir müssen leise sein. Geh da durch. Ich guck grad nach Alpha. Die kommen jetzt safe wieder, oder? Brault's auf Alpha Stein nicht nach dem sucht. Kann mir doch keiner erzählen. Als ob Alpha nicht nach dem sucht. Niemals. Der darf halt auf keinen Fall mitbekommen, dass wir überhaupt da waren. Ich mach beide mal diese Helligkeitsmutter. Wo ist Ente denn? Hörte, wo bleibst du? Denkst du aber unendlich vier Jahre Zeit, wo wollen wir alle sprengen gehen? Hörte! Hallo! Ich weiß nicht, wo bleibst du? Bitte, wenn du mich hältst. Sei leise. Und wenn du jetzt nicht kommst, dann fliegst du vom Kleinen. Genau, das war's dann mit dem Alpha Klein, Ente. Hab ich mich gesehen? Ich geh mit dem Weg los. Ja, hab ich gesehen. Schön, was ist das aus? Okay, okay. Egal, ich verzieh mich. Ich baue das Portal ein, damit ihr das nicht sehen, wenn ihr das nicht sehen wollt. Die Treppe runterkommt. Terraform, Terraform, Terraform. Okay, okay, okay. Wir gehen rein. Oh mein Gott! Wir werden entführt einfach! Okay, okay, okay. Alter, ich bin gerade so pro Adrenalin irgendwie am Zittern. Wo seid ihr? Oh mein Gott, Junge. Okay. Ich hoffe, die sind nicht irgendwo in der Wasser... äh, Krieger-Base. Wir brauchen auf jeden Fall Obsidian. Ente, wo bist du? Antworte. Bro, wenn er im Chat schreibt. Alter, ich bin gerade voll aufgeregt. Was geht jetzt ab? Bro, wir haben einfach Ente entführt. Und Ente, glaube ich, Netterweiter ist dabei. Bro, wir kriegen eine komplette Netterweiter! Oh mein Gott! Wir kriegen die ganze Netterweiter ist alles von ihm. Hallo, hallo, hallo? Okay, klapp erst auf, diese Selfie runter. Hallo, hallo, hallo? Amir? Wo genau? Bro, wo genau? Bitte, ich will die Netterweiter-Rüstung haben. Ich wette, Alphastein kommt gleich eh. Da, 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 da. Hier, 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 was geht, was geht? Wir haben den erstmal hier kurz unten ins Wasser reingebaut. Okay, okay, Bro. Wir müssen... Wir finden einen geheimen Ort. Das dürfen wir nicht in den Videos zeigen. Ja, 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 ja. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Bro, der hat den Netterweiter dabei, oder? Ja, 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 komm, komm, komm. Oh mein Gott. Bro. Das ist so krass. Flauschi? Nein, Ente! Stopp! Ey, Ente! Flauschi, töte ihn, töte ihn dann lieber. Ich komm raus, ich komm raus, ich ergeb mich, ich ergeb mich. Beruhig dich, bitte, bitte nicht, ich will mein Stacht nicht verlieren. Ja, dann bleib da, wo du bist. Du bleibst genau hier. So, warte, 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 komm her. Wenn du irgendeinen... Wenn du Alphastein oder so hörst und ein Muck sagst, du bist direkt tot. Ich sag nix, ich bin ruhig, okay? Okay, okay, geh hier in die Ecke, geh in die Ecke. Ich geh in die Ecke, ja? Warte, Amir. Guck mal hier. Ich bin Flauschi. Ja, ich mein generell, was ist von Amir. Okay, Ente. Ja, ich bin grad selber alles vor. Ente, drop mir all dein Zeug, deine ganze Rüstung, alles. Du antwortest einfach schnell. Meine ganze Rüstung, was ist das? Was ist das, was du verarmt hast? Alles, alles. Ja, oder wir killen dich jetzt. Los, drop es. Ich mach, ich mach, ich mach. Schwert her. Und du eine... Nee, das war... Bro, ich brauch deinen Müll nicht. Achso. Okay, du hast keine... Schild will ich haben. Schild, her damit. Spitzhacke her damit. Hab ich alles getropt? Ich hab nur noch Goldapfel Wasser. Wenn wir zauern, ein Boot zu essen. Goldapfel auch her. Goldapfel her. Hier, kannst du, wenn du verungern solltest. Okay, danke dir. Bro, Freunde, wir haben eine komplette Netterweiter. Okay, 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 okay. Bro, wir müssen den mitnehmen. Wir müssen enter erst mal mit einem Flosch hier auch. Ja, das rief. Geht nicht anders. Woher mitnehmen? Was macht ihr? Okay, pass auf, du hast eine andere Option. Dein Zeug ist jetzt erstmal weg. Gib uns die Koordinaten von eurem Schwarzpulver. Ich weiß genau, dass ihr eine Extra-Base habt. Ich hab alles schon mitbekommen. Ich will die genauen Koordinaten. Was meinst du? Wo versteckt ihr euer Schwarzpulver? Ey, ich sag dir ehrlich, ne? Ey, wir bauen einen großen McDonalds auf der Insel. Wir machen nichts mit Bößen. Ein Schuss, du bist One-Shot. Wo ist euer Schwarzpulver? Äh? Ihr wolltet doch gerade irgendwas sprengen. Wo ist euer Schwarzpulver? Wir haben so viel Schwarzpulver geklaut von Blackjack. Genau, allein von Blackjack. Nein! Ente, bitte lass mich dich jetzt nicht töten. Du wolltest Weihnachtsdenken. Wir wollen Weihnachtsdenken auch zu dir sagen jetzt. Ja, okay, lass uns die Sachen behalten einfach und ihn jetzt killen in seinen Kopf wollen und in seinen Kopf nicht eingeben. Nein, 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 stopp, 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 stopp. Ente, bitte, du bist One-Shot. Ey, guck mal, ich hab deine kompletten Netherworld-Sachen, alles was du dir aufgebaut hast. Es gibt die Option auch, dass du sie wieder bekommst, wenn du jetzt mit uns kooperierst. Wir wollen keinen unnötigen Stress, wir wollen dich auch nicht killen, aber wenn uns keine andere Wahl lässt, dann müssen wir es halt machen. Hab ich kein Problem mit. Verstanden. Amir sammelt eh Köpfe. Hast du schon ein Endes-Kopf, Amir? Nein, 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 bitte nicht. Lumex sein, Finsky. Bitte nicht. Was muss ich tun? Flau ich, wie das Ding zu tun soll, wir den Kopf nehmen? Er muss uns, wie bitte? Sollen wir den Kopf von ihm nehmen? Wär schon cool, aber dann leiden wir auch, dass wir Enter haben, also. Stimmt, wenn wir ihn jetzt tun, im Chat. Ich sag's mal so, ist es mir auch egal. Wir haben eh schon Beef vom Alpha-Clan. Plus. Ja, ja, ja. Der hat einen komplett auseinandergenommen. Warte mal, warte mal. Du hast das Schwarzpulver von der Farm gerade geklaut, oder? Gib das ganze Schwarzpulver ja, los. Das Schwarzpulver, was meinst du denn? Ich loot ihn, ich loot ihn einfach, ich loot ihn einfach gerade. Ich hau ihn weg und ich loot ihn. Gib das Schwarzpulver. Er hat das! Er hat Schwarzpulver! Los, drop es. Los in der Hand, drop es, los. Drops. Ja, ich dropp das so beruhig. Alles, jeden Stack. Jeden Stack. Ich hab mit drei Stücke gegeben, okay. Ja, das war alles. Alles. Das war alles. Dann lass ihn looten, wir killen ihn und looten ihn einfach. Nein, 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 das war wirklich alles, ehrlich. Guck mal, wie jeder in den Chat schreibt. Alter, schreib jetzt. Wenn du schreibst, bist du by the way one shot. Also guck mal, Ente. Ich hab nix gemacht, ich hab nix geschrieben, ehrlich. Ich kann gar nicht schreiben. Ja, alles, alles gut. Auch nicht privat oder so, verstanden? Nein, 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 wirklich nicht, ehrlich nicht. Okay, okay. Okay, pass auf, Ente. Was? Ich weiß nicht, irgendwie fehlt mir noch... Herr Weif. Ja, ja, ja. Ja, das werden jetzt die gleiche Nachricht schreiben. Junge, warum bist du auch im Alpha-Klan, Ente? Du bist neu auf der YouTuber-Insel. Das macht gar keinen Sinn. Hey, ich bin im Alpha-Klan, ja? Nee, jetzt nicht mehr, aber du bist auf dem Alpha-Klan. Ja, lass das machen, Amir. Was? Hey, wir haben Obsidian. Haben wir Obsidian? Ja, safe, ja, safe. Wir haben Obsidian, ne? Was hab ich getan? Ja, vier Stacks. Okay, okay. Okay, Ente, du kommst jetzt mit uns mit. Hast du verstanden? Ja, ich hab verstanden. Ich komm mit euch mit. Und denk dran, wenn du irgendwas anders machst, als das, was wir dir sagen, dann kriegst du nie wieder deine Rüstung und du bist tot. Verstanden? Okay, ich mach keinen Muchs, ich bin ruhig. Okay, okay, okay. Dann lass den dann irgendeinen geheimen Ort bringen. Aber lass das nicht in der Aufnahme zeigen. Nee, nee, nee. Mal alle auf und Pause. Geh Amir hinterher. Amir geht voran und wir sind hinter dir. Probier nicht abzuhauen. Wir haben alles. Ey, drop mir nochmal deinen Dreizack. Los. Ich hab keinen Dreizack. Ich will's hoffen. Okay, dann geh Amir hinterher. Ja, geh Amir hinterher. Ja, flachst uns safe. Ach, glaube ich, irgendwas hat der noch. Geh hoch, geh hoch. Nach oben. Ich bin ehrlich, ich hab wirklich nichts. Ja, ja, setz ihn ins Boot. Ey, wir können nicht so weit, Amir, ne? Wenn der Alpha Clan, die suchen den ja. Okay, ey, ganz kurz. Mach Aufnahme aus ab jetzt, okay? Ja, jetzt mach mal Aufnahme aus. Okay, Freunde, wir machen einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, Freunde, wir sind jetzt an dem Geheimort angekommen. Ihr seht schon, wir haben eine ganz kleine Hülle gebaut. Okay, äh. Oh, Enter. Enter. Was macht ihr hier? Lass uns noch eins tiefer bauen, noch eins tiefer bauen. Aber wir bauen hier ein neues Zuhause. Wollt ihr mit Dias fahren, oder was? Ja, genau. Oha, ihr fahrt mit Diamanten. Wie cool. Oha, ey, ganz wichtig, ganz wichtig. Hat jemand ein Bett dabei? Ähm, nee, leider nicht. Boah, denkst du, das könnten wir gerade noch holen? Wollt ihr eine Pyjama-Party machen, oder was? Ja, genau, eine Pyjama-Party, oder was? Ja, damit du dich wohlfühlt, mein Freund. Alles für, alles für dich, Bro. Ja, lass uns erstmal kurz, äh, was sicher machen hier, oder? Ja, okay, okay, okay. Lass noch eins runter und dann, dann, happy. Wir müssen ja noch eine Innenwand ziehen, weißt du, das darfst nicht vergessen. Ey, Ente, nach wie vor, ne? Schreib einmal in den Chat und du bist direkt tot. Ja, ich, ich mach nichts, ich schreib dich in den Chat ehrlich. Spring die ganze Zeit, dann wissen wir das nicht. Ja, genau, spring, spring. Wenn du aufhörst, dann springen, schlagen wir dich. Bro, das ist das Krasseste. Okay, danke, danke. Alles, ne? Boden muss auch, genau. Ja, 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 ich mach alles. Ach, Ente. Ente, ich hab's nicht im Auge, okay? Wollen wir uns sicher gehen, dass hier TNT nichts kaputt macht, weil es gibt halt Leute, die farben gerade TNT, um Ärger zu machen. Genau, es gibt ja Leute, die klauen halt auf Schwarzpulver, ne? Ich hab mir das gebohrt. Achso, ah, du hast jetzt nur ausgeliehen, ne? Von Blackjack auch, oder was? Ja, das steht sogar in der Farben, da ist ein Schild, da steht das, weil es steht da. Haben wir überhaupt noch welche? Haben wir noch, äh... Ich hab noch was, ich glaube. Reicht für die Decke? Ja, nicht so. Nee, nicht so. Die Decke macht direkt nicht so aus. Mach eine runter, ist egal. Hier fehlen auch noch zwei. Ente, wie gefällt dein neues Zuhause hier? Was ist das? Ist das meine neue Base, oder was? Ja, Mann, herzlich willkommen in deiner neuen Base, Junge. Wie komm ich wieder hier raus? Alles gut, aber jetzt kannst du auch probieren, die Sachen ab. Hier so, hier so ein Tisch. Nein, warte, keine Ahnung, lass nichts hinmachen. Am Ende kennt ihr irgendeinen Trick, wie er sich rauspackt oder so. Du bleibst hier drin, mein Lieber. Hä, was für Tricks? Ich kenn keine Tricks. So, okay. Ey, okay, ich hol ganz kurz ein Bett, okay? Probiert weiter rauszukriegen wegen Dingens. Ente, wo ist der Schwarzpulver? Ich hab mein Schwarzpulver doch schon getroppt. So, okay, Ente. Ich hab ne Idee. Ente? Ja? Geh, weg, Arme. Los, mach drauf, geh schlafen. Geh schlafen. Klick drauf, klick drauf. Klick drauf oder schau mir deinen Kopf. Ja, aber warte, die sind jetzt doch dann hoffentlich ins Chat, oder? Los, los. Nein, das hat mein Spawnpoint gesetzt. Man sieht nicht, dass ich mich hier gelegt hab. Du bist so doof, bist so... Hä, wie geht's? Ja, perfekt. Nee, alles gut. Geh mal in die Ecke hier, geh mal hier in die Ecke. Hä, und jetzt? Bleib da kurz. Bleib da, geh in die Ecke. Ja, ich bleib da. Bro. Ja. Du musst hier auch zubauen, dann asifte. Ente, Ente. Die Luft geht ja bald aus, oder? Ey, ich seh dreck grad. Wo ist der Schwarzpulver? Wo ist der Schwarzpulver? Ich hab kein Schwarzpulver. Ey, ich krieg keine Luft mehr. Ach dir auf. Wo ist der Schwarzpulver? Ich hab kein Schwarzpulver. Ähnlich nicht. Geh wieder in die Ecke. 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 Los. Geh wieder in die Ecke. Geh wieder in die Ecke. Ich bin mit der Ecke. Gehen die andere ist. Also, wir fragen noch mal ganz lieb. Wo ist... Oh oh. Ach, Lukas. Also, wo ist der Schwarzpulver? großer Schwarzpulver? Ich hab kein Schwarzpulver. Ich hab drei Schwarzpulver, wo ich der Trink entrette. Sag, wo ist der Schwarzpulver? Ey, wir lassen nicht 10.000 Mal sterben. es ist uns egal. Sag es. Wenn ich hopsgehe, dann sehen die das doch im Chat, oder? Ja, es ist uns doch egal. Aber egal, wir haben deinen Kopf dann unendlich oft. Nein, bitte nicht! Sag, wo das Schwarzpull weiß. Junge, mach dir der Leber nicht selber unnötig. Okay, also ganz kurz, du willst mal sagen, ihr habt keine geheime Base. Wir haben keine geheime Base, ich weiß nicht, was Schwarzpull weiß oder was man das brauchen kann. Ja, ja, mach, 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 mach. Ich glaube, wir müssen wir einfach so lange hier drin lassen, bis es uns drüben an Sack. Lass mich doch einfach mal trinken jetzt. Nein, bitte nicht! Er hat ein Glas nehmen sollen, er hätte mir reingucken können. Er hat irgendwas gebaut. Er hat auch gebaut. Werkbank, Werkbank hat er oben gebaut. Job, Job, alle Sachen, alle Blöcke, alles was du hast. Alle Blöcke, Job. Los. Job, alles vor dich, alles vor dich. Los, Job, alles rein. Alles, jeden Block. Weiter, weiter. Alles, egal was. Los, weiter. Egal was, wirklich. Alles. Wir werden dich ja zur Sicherheit einmal kurz killen, damit wir sehen, dass du nichts mehr hast. Nein! Ich hab wirklich nichts. Du hast gar nichts mehr, wir können dir vertrauen. Äh, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Drop alles, los, drop es. Nein, 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 ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Ente, wirklich, letzte Chance. Lass uns nicht assi mit dir sein. Drop deine Sachen. Ich dropp schon, ja, beruhigt euch da. Das ist alles. Aber jetzt hab ich auch kein Essen mehr. Okay, okay. Im Chat wird's nicht von uns angezeigt und wir wissen, dass deine Sachen nicht da sind. Danach kann er wieder abbauen, weil wir brauchen das ja nicht. Das ist gut, das ist gut. Oder... Hey, was? Warte mal. Die sind doch alle online, Bro. Sollen wir... oder? Warte mal, geh mal wieder in die Ecke, geh mal wieder in die Ecke. Ja, ich geh in die Ecke. Oder wir lassen den in den Chat schreiben, dass er noch im Nether ist und nachkommt oder so, damit die keinen Verdacht schöpfen. Stimmt. Ja, er ist ein Netherite Farm. Er ist ein Netherite Farm. Ja. Und dann stirbt er leider, okay. Ey, Ente? Ente. Ja? Hast du denn... Guck mal, warte mal ganz kurz. Hast du deinen Spawnpoint hier hingesetzt? Boah Freunde, wir müssen halt überlegen, was wir machen. Weil wenn nicht, dann haben wir deinen Kopf jetzt gleich. Weil du kannst den Kopf gleich schräg wieder abbauen, selber. Ich hab meinen Spawnpoint hier. Okay, zurück lieber nochmal rechtsklick hier drauf. Hab ich gemacht. Gut. Platzierst hier rein. Warte, 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 stopp, stopp. Schreib erstmal... Schreib in den Chat. Äh, komme kla... Oder komme später, bin Netherite Farm. Los. Nö, du hast gesagt, ich darf nicht in den Chat schreiben. Ey. Jetzt sollst du aber in den Chat schreiben. Los, jetzt darfst du. Wenn nicht in den Chat schreibst, machen wir nicht kalt. Ey, ich mach schon. Okay, was soll ich schreiben? Lass du Netherite Farm bist, du kommst später. Sag sorry, komme später, bin Netherite am Farm. Und wenn da irgendeine versteckte Nachricht drin ist, Bro. Ey, Ente, egal auch, wenn dein Spawnpunkt nicht hier ist, ich jag dich. Und ich werde dich jeden Tag mindestens zehnmal killen. Auf Ansage. Ich hab geschrieben, ich hab geschrieben. Ja. Okay. Okay, warte, warte, wir schauen mal, was Alphastein antwortet. Nö, warte, bis ne Antwort kommt. Okay, okay. Warte, hat noch jemand was zu essen? Ah, ich hab doch Brot schon gut, schon gut, schon gut, schon gut. Okay, hast du was zu essen, Ente? Ich hab noch neun Steaks! Ja, reicht, reicht ja, neun. Farmer gerade, Netherite, da ist auch keine geheime Message oder so drin, das ist gut. Okay, dann wird Zeit, dass wir überprüfen, ob du alles getroppt hast oder nicht. Was? 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 Guck mal, wieso schreibst du das erst jetzt? Okay, du antwortest jetzt nicht mehr. Sondern... Ja, wieso? Wobei, warte mal, Ami, ist es dumm. Wenn er sich jetzt selber umbringt, dann müsste er wieder in der Alphabase spawnen, weißt du? Wo spawnst du eigentlich? Ja, safe bei denen. Wo spawnst du eigentlich? Äh, hier, in meiner geheimen Base und... In deiner... Ah, geheimen Base! Und du? Äh! Und du? Habt ihr ne Falle gestellt? Äh, was soll das? Ich hab nicht! Warum seid ihr so schlau? Ganz kurz, ganz kurz, Ente, sag uns, sag uns jetzt einfach, wo diese Base ist. Glaub mir, ist das Beste für dich. Du kriegst deine Sachen sogar wieder. Du kriegst sogar dann deine Sachen wieder. Nein, da ist nichts drin, das ist doch meine Base! Meine alleine! Sag, wo die Sachen sind. Was? Ich weiß selber nicht, wo das ist. Ich vergesse es immer, die ich so geheim, dass ich das selber vergesse. Ich glaub, wir brauchen doch ein bisschen Laber, da. Ich glaube... Nein! Bitte! Nein! Ente! Wo willst du raus? Ja? Letzte Chance! McDonalds, ihre Bestellung, bitte! Ah! Mach Wasser auf ihn, mach Wasser auf ihn. Okay, Ente, letzte Chance. Sag jetzt, sag doch, wo die Sachen sind, Junge! Ich weiß nicht, wo die Sachen sind, ehrlich! Mach nochmal kurz Laber auf ihn. Nein, nein, nein! Au! Au! Ich weiß nicht, wo das ist! Okay, wisst ihr was? Ey, wisst ihr was? Wir machen es oft ganz locker. Wisst ihr, wie wir es machen? Oh, er schreibt Hallo! Okay, Ente, antworte! Oder doch, antworte! Ja, chill doch! Schreib chill doch! Ja, schreib chill doch, komme später! Oder schreib chill doch, komme morgen! Ich hab's geschrieben! Lass mich kurz farmen! Schreib doch, lass mich kurz farmen! Schreib Leo, ja! Schreib, lass mich kurz farmen! Das ist so geil! Das Ding ist... Dein Vermilde wissen, dass ich niemals ein Komma benutze! Soll's jetzt kommen? Warum, warum machst du denn ein Komma? Hä, weil's richtig ist? Okay, ey, weißt du was? Guck mal, der flachst uns die ganze Zeit nur. Wie du willst. Dann, äh, pass auf, guck mal, wir bauen das hier sogar ab. Ich wünsche dir ganz viel Spaß hier. Ey, wie nett seid ihr? Ne, warte, bleib da drin! Ey, haben wir noch Obsidian? Ja! Gebt mal her, bitte! Was, Obsidian? Ach, alles gut! Warte! Wir sind ja auch nicht ganz doof, ne? Ja, du kannst nicht abbauen! Pass auf, warte, wir machen mal so! Geh in eine Ecke, geh in eine Ecke! Ich hab ne... Geh in eine Ecke, los! Geh in eine Ecke! Geh in die Ecke! Ich bin doch in eine Ecke! Au! Warte, warte, komm mal! Er schreibt, gib Koordinaten bin im Nether! Oh, warte, warte, jetzt müsste er schlauern und dann schreibt er ja, ich komme jetzt zurück zum Nether! Oh mein Gott! Ja, ja, ja! Okay, mach! Okay, warte, ganz kurz! Ente? Ja? Wenn dein Spawnpunkt jetzt nicht auf diesem Bett ist, dann... Dann, ich werd alles von dir weggeben und verschenken, verstanden? Wir haben deinen Kopf! Wir haben deinen Kopf! Wir haben deinen Kopf! Ist dein Spawnpunkt auf dem Ding? Ich spür's ehrlich, der ist doch! Okay, dann mach's! Du rennst es mir! Nein! Du rennst es mir! Er hat... Er hat uns... Ah doch! Er ist hier! Ich hab dir den verarscht! Lass... Lass alle F schreiben! Guck mal, da machen wir Eifels wieder! Nein! Okay, warte! Lass mich schreiben! Hahaha! Warte, warte, warte! Ey, das ist so gemein! Jetzt denk dir, dass ich im Nether hops gegangen bin! Schreib, du kommst jetzt wieder! Wohin wieder! Was? Geh erstmal in die Ecke! Geh erstmal wieder in die Ecke! Nein! Geh in die Ecke! Jetzt gar nichts! Wisst ihr was? Guck mal, der hat uns geflaxt! Er hätte gerade sogar noch Items dabei! Obwohl wir ihm hundertmal die Chance gegeben haben! Ja! Bau ihn komplett ein! Wenn ihr noch Obsidian habt, baut ihn komplett zu! Warte, 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 bevor du weitermachst! Hier, mit Wasser dauert es länger abzubauen! Ja! Ja! Er kann es ja nicht mehr abhauen! Okay, Ente, weißt du was? Ente, weißt du was? Was denn? Ich glaube, uns ist das zu blöd. Ich glaube, wir regeln das morgen weiter, oder? Ja, ja, okay! Was müsste ich denn drehen? Das ist krass! Habt ihr Lust auf den Kaffee, Leute? Ja, lass uns vielleicht einen Kaffee trinken! Warte mal! Lass uns mal ein bisschen das ausbauen und einfach das Ding was halt einfach mal zu drei Blöcke dicker machen! Ja, komm, lass uns mal machen! Haben wir noch ein bisschen Obsidian? Ja, brauchen wir ein bisschen drum! Ja, ich rück mal noch ein bisschen was dran! Bitte, hallo! Okay, ganz kurz! Ente! Ja! Vergiss nicht, dass wir alle deine Sachen haben! Wenn ich eine Nachricht von dir im Chat lese, oder nur eine Nachricht an Alphastein, dann schwöre ich auf alles! Ich hole alles weg! Alles! Ja, ich hab verstanden! Ich hab verstanden! Ich rede mit niemandem! Boah, er hat wirklich alles, ne? Maxed out, Freunde! Okay! Ja, ich würde sagen, das sind echt hier alleine erstmal! Nein, bitte! Ente! Ente, wenn du irgendwas einfach... Weißt du was? Weißt du was? Alles gut! Ich werde jetzt den ganzen Tag hier warten! Ente, wir reden ein bisschen zueinander! Nein! Ich wollte nicht mit dir reden! Dann, Flauschi, komm, wir gehen einen Kaffee trinken, oder? Ja! Ente! Tschau, Ente! Mach's gut! Boah, Junge, das ist so strong! Wir können alles mit dir machen! Aber was wollten die sprengen? Wir haben den jetzt auf jeden Fall erstmal! Hast du gehört, was die sprengen wollen? Keine Ahnung! Nee, keine Ahnung! Wir haben nur gesagt, die sprengen alles! Also das haben die im Nether gesagt! Ja, aber von was wollen die alles sprengen? In Paul Barger Hills waren die? Oder vielleicht Paul Barger Hills? Wollten die sogar sprengen! Oder unsere Base! Nee, oder? Ja, warum sollen die unsere Base sprengen? Ich weiß auch nicht! Egal, aber! Jetzt können sie gar nichts mehr machen, Freunde! Denn wir haben Ende! Sie können nichts mehr machen jetzt! Das ist so geil! Okay, okay! Äh, Flauschi, ich geh nochmal ganz kurz ins Nether! Anscheinend ist Alphastein ihn am suchen! Guck mal, ob ich die da irgendwie seh! Ja, ich schreibe sofort! Ich geh jetzt wieder in die Base und bau noch ein bisschen weiter, ja? Jojo, alles klar! Mach's gut! Tschau! Okay, Freunde, wir gehen nochmal kurz ins Nether! Auf Sneakerino! Gucken nochmal schnell! Ob hier Alphastein noch rumläuft! Aber die haben Safe schon aufgegeben mit der Suche! Ich mach wieder Helligkeits-Mod an! Okay, warte, ich darf jetzt halt auf gar keinen Fall erwischt werden! Wenn jetzt Alphastein mich hier sieht, der weiß halt direkt, was abgeht! Aber was wir ganz kurz machen können, wir gehen einmal zur Creeper-Farm! Und nehmen das, äh, Schwarzpulver weg! Weil jetzt hat der Ente das Schwarzpulver! Wenn jetzt Alpha-Clan wieder dahin geht und noch mehr klaut, das ist auch nichts in der Sache! Deswegen... Gehen wir mal gerade! Komm, 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 komm! Hier, hier, hier! Okay, geil! Boah, Bro, direkt! Items nehmen erlaubt! Okay, die haben alles rausgeholt, was sie hier hatten! Komplett alles an Schwarzpulver! Hä? Soll ich doch kein Messer weitergeben was? Okay, irgendwas haben sie kaputt gemacht! Stimmt, Freunde, was ich auch noch zeigen wollte! Ich hab einfach drei Wither-Skelett-Schädel gefahren! Freunde, Junge, wir können den Wither spawnen! Das wär doch komplett krass! Okay, und wir machen mal ganz kurz hier ein paar Sachen raus! Und machen dafür Ente-Sende-Sachen rein! So, damit wir die auf jeden Fall sicher haben! Und Alpha-Stein ist disconnected! Sehr, sehr geil! Okay, okay, dann hauen wir auch wieder ab! Aber ja, Freunde, ich würd sagen, mit der heutigen Folge soll's das erstmal gewesen sein! Falls ihr eine Idee habt, was wir mit Ente jetzt noch machen können, schreibt's die Kommentare! Ich glaub nicht, dass das snitchen würde oder alles erzählt! Aber auf jeden Fall haben wir jetzt ein Druckmittel! Wir müssen das TNT auf jeden Fall von dem gesamten Alpha-Clan bekommen! Keine Ahnung, die gibt's selber mitbekommen! Die wollten direkt wieder irgendwas sprengen! Deswegen, ja, Freunde, schreibt's die Kommentare! Lasst einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal! Wir sehen uns morgen bei der nächsten Folge! Wenn ihr Bock habt zu wissen, wie es weitergeht, morgen kommt direkt die nächste Folge! Und deswegen, ja, wir sehen uns! Haut rein und mach's gut, Leute! Ciao!